Was geht ab Leute Sein ist wieder da und zwar heute mit einer kleinen Idee und zwar über Komurasakis Kräfte. Wie immer nach einem kleinen Intro. Im letzten Kapitel haben wir Komurasaki gesehen wie sie ihre Shamisen diese japanische kleine Gitarre spielt. Alle sind von dieser Musik extrem beeindruckt und scheinbar spielt sie immer ein ganz bestimmtes Lied und trägt dabei immer eine Fuchsmaske. Interessant wäre das ganze wenn sie eine japano Version von Binks Sake spielt, aber das einfach mal nur so am Rande. Aber was ist wenn sie die Kraft der Musik ähnlich wie Brooke beherrscht? Wieso zieht sie immer diese Maske an? Wirkt eher wie eine Art Zaubermusikstück das sie dort spielt? Welche Auswirkung das Lied hat ist bis dato mir noch unklar. Vielleicht verzaubert sie die Leute oder sorgt für lockere Stimmung, so dass die Leute um sie herum unvorsichtig werden und Sachen ausplaudern. Was haltet ihr von dieser kleinen Idee? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat freue ich mich über einen Daumen nach oben und einen Klick auf den Abo Button. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spass und haut rein Ciao! und bis zum nächsten Mal!